Oh, das ist ein Geschraxel, da. Komm, Alter, mach auf, auf, auf. Komm zurück, komm zurück. Hier, du auf. Langsam raus. Da sind sie schon ein bisschen ausgeliefert. Wollt ihr? Hä? Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Das ist eine große Herausforderung. Das war's für heute. Kino, fünf Minuten würdest du mal richtig Gas geben, ja? Sie haben seine Hälfte, die ihr seht, ja? Los. Das war der Weile einer raus, komm! Ich mach ihn rein! Ich mach ihn rein! Ich mach ihn rein! Mann! Zeit hast du im Zeit! Kommt weg! 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 Wir können einfach so! Warte! Bleib hier! Bleib hier! Ist doch keiner runter! Den legen wir bis später! Hahaha! Boll! Boll! Anthony! República! Adi, du lässt ihn wieder laufen! Drück! Ach! Harry, zurück! Adi, zurück! Adi, zurück! Adi, du lässt ihn wieder laufen! Drück! Darf dich weg zu sein?! Es hat keinen Sinn mehr mit dir! Das sind die Wart der Mannschaft! Däuern! Hör dich mit ihr mit Genre! Ja dann trotz mit Genre! Adi, du hast gemein hier! Wie kann es anders sein? Wieder Handball. Sehen Sie ein paar Ausschnitte vom Trainingsspiel der B- und C-Jugend des SV Grün-Weiß. Sie sind ein paar Ausschnitte vom Trainingsspiel. Eintritt. Ob es richtig schön reiche. Weg, weg. Komm weiter, komm weiter hin. Okay. Du musst immer wieder versuchen machen. Die anderen müssen das sehen, wenn Marie stährt. Marie, du musst aber die halbe wegsperren, nicht die hinten. Dann kommt sie irgendwie ran. Die halbe wegsperren. Es wird sehen, als sie verschiedenen Brachten Glo пор licensebauen. Leute, die Leute, die Leute haben beide Sachen. OTS Wir kommen da hinten. Vielen Dank.